welches verhalten ist richtig ich darf vor dem bus abbiegen ich muss den bus durchfahren lassen ich muss den traktor vorbeilassen hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir machen heute wieder gemeinsam eine prüfung simulation bedeutet ich zeige dir 30 fragen aus der führerschein prüfung 2021 und erkläre sie dir ok wir befinden uns auf einer abknickenden vorfahrtsstraße bedeutet die die nicht auf der abknickenden vorfahrtsstraße sind sind uns scheißegal also sprich der bus zum beispiel so der traktor der ist auf der abknickenden vorfahrtsstraße und bleibt auf dieser abknickenden vorfahrtsstraße wir verlassen sie wir kreuzen uns mit dem bedeutet der traktor darf zuerst fahren wir müssen warten wie gesagt der bus interessiert uns nicht da wir vorfahrt haben und er ein vorfahrt gewähren das sieht man auch an dem verkehrszeichen an der form ich darf vor dem bus abbiegen ja das dürfen wir ich muss den bus durchfahren lassen ich muss den traktor vorbeilassen ja vorfahrtsfrage gibt es fünf fehlerpunkte das sehen wir oben rechts im bild welches verhalten ist richtig ok wir haben ein vorfahrt gewähren dementsprechend müssen wir den querverkehr vorfahrt geben also spricht der gelbe bus darf zuerst fahren dann haben wir noch den grünen wir fahren geradeaus der grüne biegt ab als grün als als grüner als links abbieger weißt du bist du immer wartepflichtig das heißt als erstes darf der bus fahren dann fahren wir und dann der grüne wieder fünf fehlerpunkte vorfahrtsfrage ganz klare sache ich muss den bus durchfahren lassen ja weil er auf der vorfahrtstraße ist wir haben ein vorfahrt gewähren ich muss den pkw durchfahren lassen nein ich fahre vor dem pkw richtig noch mal wir fahren geradeaus der grüne ist abbieger wenn du abbiegst musst du immer warten was ist bei diesem verkehrszeichen erlaubt das halten bis zu drei minuten das halten zum be oder entladen sowie zum ein oder aussteigen das parken wenn eine parkscheibe benutzt wird also das hier ist das eingeschränkte halteverbot nicht zu verwechseln mit dem halteverbot welches zwei balken hat im halteverbot darfst du nicht anhalten im eingeschränkten halteverbot darfst du halten bis zu einer dauer von drei minuten du darfst aber nicht aussteigen es sei denn zum sinne des be und entladen und ein und aussteigen lassen also heißt wenn du eine tante im 35 stock hast und du musst ihr helfen in den rollstuhl zu kommen und dann die treppe runter zu laufen weil der aufzug kaputt ist und dann in dein auto einzuladen dann darfst du das im eingeschränkten halteverbot machen auch wenn du dazu aussteigen müsstest und über diese drei minuten hinaus aber nur im eingeschränkten halteverbot also wir dürfen halten bis zu einer dauer von drei minuten wir dürfen auch aussteigen zum sinne des be und entladen und ein und aussteigen lassen wir dürfen aber nicht dort parken ja und auch nicht mit der parkscheibe welche fahrzeuge dürfen sie bei diesem verkehrszeichen überholen motorrad mit beiwagen motorrad ohne beiwagen pkw das ist ein überholverbot und verbietet das überholen mehrspuriger kraftfahrzeuge so also in dem fall pkw jetzt ist die frage motorrad mit beiwagen wie breit die sind also es kommt auf die stelle vor du fährst mit motorrad oder mit dem fahrrad im schnee dann schaust du nach hinten und du hinterlässt eine spur das ist ein einspuriges fahrzeug wenn du mit einem auto im schnee fährst und du schaust einen spiegel dann hinterlässt du zwei spuren also hast du ein mehrspuriges fahrzeug in dem fall kraftfahrzeug mit beiwagen hast du ja auch also ja kommt beiwagen auch ja verbietet das überholen mehrspuriger kraftfahrzeuge wo ist das wenden verboten auf kraftfahrstraßen auf autobahnen auf feld oder waldwegen ja also autobahnen und kraftfahrstraßen ist ja fast das gleiche ist das wenden verboten nur noch mal ganz kurz zu der frage davor habe gesagt dieses verkehrszeichen verbietet das überholen mehrspuriger kraftfahrzeuge ein kraftfahrzeug ist ein maschinell angetriebenes nicht an schienen gebundenes landfahrzeug also sprich zum beispiel keine kutsche eine kutsche ist zwar ein mehrspuriges fahrzeug aber es ist kein kraftfahrzeug weil es nicht maschinell angetrieben ist also eine kutsche dürfte ich in dem fall überholen motorrad darf ich auch überholen weil es nur ein einspuriges kraft rad ist also kein mehrspuriges kraftfahrzeug es ist sehr verwirrend ich weiß wir haben heute mal mittendrin angefangen bei der frage 17 deswegen sind wir jetzt schon direkt im zusatzstoff drinnen wir machen jetzt einfach durch und dann fangen wir einfach machen wir die fragen so durcheinander welches verkehrszeichen bezieht sich auf die tatsächliche masse tatsächliche masse das weißt du ich habe dir gesagt dass t für tonnen wenn das im verkehrszeichen drin steht dann bezieht sich das auf die tatsächliche masse für welche fahrzeuge ist das befahren einer so beschilderten straße verboten für fahrzeuge deren zulässige achslast zwei tonnen überschreitet für fahrzeuge deren tatsächliche achslast zwei tonnen überschreitet für fahrzeuge deren zulässige gesamtmasse zwei tonnen nicht überschreitet also hier natürlich auch das t wieder für tonnen im verkehrszeichen dementsprechend t tatsächliche tatsächliche achslast ist genau das gleiche worauf weist dieses verkehrszeichen hin auf einen vorgeschriebenen seitenabstand von mindestens zwei meter zu anderen fahrzeugen auf eine fahrbahn von zwei meter breite auf ein verbot für fahrzeuge deren breite einschließlich ladung zwei meter überschreitet rund und rot ist verbot dementsprechend ein verbotszeichen auf eine fahrbahn von zwei metern breite ich würde sagen die fahrbahn kann auch breiter sein wie gesagt rund und rot verbot und hier steht ja auf ein verbot für fahrzeuge deren breite er also nur die dritte antwort kreuz ok ein video das drei fehlerpunkte geben kann es schneit offensichtlich hinter uns kommt ein fahrzeug da vorne fährt ein traktor und ich sehe gerade das ist ein video welches mir jemand geschickt hat ok 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 also falls du das sehen solltest mir hat vor kurzem jemand ein video auf instagram geschickt und zwar dieses und auf dem kleinen handy display ist das natürlich nicht so gut zu erkennen aber wir sehen hier dass rechts hinter dem schneehaufen sich ein fahrzeug näher und hier kommt das grüne fahrzeug von rechts sehr schlecht zu erkennen und dieses fahrzeug erkennt uns höchstwahrscheinlich auch nicht und der fährt jetzt raus wir haben einen langen bremsweg und die frage ist warum sollten sie jetzt bremsen wegen des traktors quatsch der traktor bietet ja gerade vor uns links ab interessiert uns nicht wegen des grünen pkws wegen des blauen pkws der blaue pkw ist hinter uns juckt euch juckt uns auch nicht also natürlich wegen des grünen pkws der von rechts kommt wir konnten ihn schlecht sehen also kann der fahrer uns wahrscheinlich auch schlecht sehen warum müssen sie bei starkem regen die geschwindigkeit verringern wieder fünf fehlerpunkte also eine wichtige frage weil der bremsweg länger wird weil aquaplaning wasserglätte auftreten kann weil die sicht schlechter wird da ist alles richtig also es gibt uns aquaplaning aquaplaning bedeutet dass sich ein wasserfilm zwischen reifen und fahrbahn bildet und da müssen drei faktoren zusammenkommen und zwar ist es die geschwindigkeit die beschaffenheit des reifens also profiltiefe zum beispiel und die wassermenge wenn du viel wasser hast schlechten reifen und hohe geschwindigkeit dann schwimmt dein fahrzeug auf und du kannst keine kräfte mehr mit dem reifen übertragen und ja wassermenge klar bremsweg wird länger und die sicht wird natürlich schlechter bedingt durch dem wasser auf der scheibe haben wir auch bei dem video vorhin gesehen es war ja relativ schlecht zu erkennen da waren auch die scheibenwischer an wo tritt besonders häufig aquaplaning wasserglätte auf so die frage kannst du jetzt schon selber beantworten mit dem wissen das ich dir vorhin gegeben habe an bahnübergängen in fahrbahn senken bei spurrillen in der fahrbahn ich habe gesagt es gibt drei faktoren die zusammenkommen müssen dass sich aquaplaning bildet das ist einmal die geschwindigkeit die beschaffenheit des reifens und die wassermenge hier steht nichts von geschwindigkeit und nichts von reifen also kann es nur die wassermenge sein also wo bildet sich viel wasser in spurrillen in fahrbahn senkungen also überall wo es halt tief ist ja wo sich wasser bilden kann an bahnübergängen bahnübergänge sind meistens etwas erhaben da läuft es was also an bahnübergängen nicht ja ich erkläre es richtig aber kreuz es falsch an also da bildet sich das wasser nicht weil es halt besser abfließen und fehlerpunkt was ist beim ein oder aussteigen von kindern richtig kinder auf der fahrbahn seite nur unter beaufsichtigung ein oder aussteigen lassen kinder dürfen auf öffentlichen straßen nicht ein oder aussteigen kinder möglichst auf der gehweg seite ein oder aussteigen lassen also natürlich dürfen kinder auch auf der fahrbahn seite aussteigen aber besser wäre es auf der gehweg seite und wenn dann natürlich nur unter beaufsichtigung du solltest übrigens auch wenn du mit freunden unterwegs bist darauf aufpassen wenn die da einfach die tür aufreißen von hinten kommt der radfahrer zum beispiel auf dem radweg an also da musste halt in die spiegel schauen und dementsprechend die leute dann warnen und sagen dass sie halt noch mal aufpassen soll was müssen sie tun wenn sie auf dem dach ihres pkw fahrräder mitnehmen hohe geschwindigkeiten vermeiden befestigung regelmäßig kontrollieren halte vorrichtung und fahrräder sicher befestigen ja das klingt alles super plausibel ist wenn wir alles anklicken hohe geschwindigkeiten es gibt keine es gibt kein gesetz was dir sagt du darfst mit dem dachgepäckträger nur so und so schnell fahren aber wenn du dir einen kaufst oder einen radständer oder sowas dann kann es sein dass der hersteller vorgibt dass du damit nicht schneller als das weiß ich 100 km h fahren darfst oder so aber das ist dann vom hersteller vorgegeben und nicht vom gesetz wie können sie ausreichende sicht durch die frontscheibe erhalten bei nebel den scheibenwischer von zeit zu zeit einschalten bei innen beschlagener scheibe lüftung ausschalten und fenster geschlossen halten bei schneematsch die scheibenwischer schon einschalten bevor ihnen andere fahrzeuge matsch auf die scheibe schleudern das ist eine schwierige frage also wie können sie ausreichend sicht durch die frontscheibe erhalten bei nebel den scheibenwischer von zeit zu zeit einschalten das ist richtig nebel ist ja nichts anderes als wasser also feuchtigkeit und irgendwann bildet sich auch dieser nebel also diese feuchtigkeit auf der scheibe dann wäre es gut wenn du den scheibenwischer mal anschaltest bei innen beschlagener scheibe lüftung ausschalten und fenster geschlossen halten das wäre arg dämlich denn dann laufen die scheiben noch weiter an das werden wir nicht ankreuzen bei schneematsch die scheibenwischer schon einschalten bevor ihnen andere fahrzeuge matsch auf die scheibe schleudern ja das ist schon gut also du musst es ein bisschen unterscheiden wenn du jetzt zum beispiel einen lkw auf der autobahn überholst dann wäre es gut wenn du den scheibenwischer schon anmachst weil der haut der während du ihn überholst haut der übelst viel matsch auf die scheibe andererseits was du nicht tun solltest ist die ganze zeit mit scheibenwischer zu fahren wenn es nicht schneit regnet nebel ist oder sowas weil der matsch der sich oder der dreck der sich auf der scheibe irgendwann bildet von dem ganzen spritzwasser dann reibst du dir in die scheibe rennt irgendwann hast du halt schlieren aber ich glaube das ist ja nicht gemeint also wir werden uns die situation im kopf behalten wir überholen den lkw macht den scheibenwischer an holen ihn und er schmeißt uns halt den matsch auf die scheibe springen wir automatisch wieder zu den fragen die wir noch nicht hatten sehr gut sie fahren hinter einem landwirtschaftlichen fahrzeug mit hoch beladenem anhänger womit müssen sie rechnen der zug hat wegen der beladung einen besonders kurzen bremsweg die blinker können verdeckt sein so dass schlecht zu erkennen ist wenn der zug abbiegen will vor allem beim bremsen oder beim abbiegen können teile der ladung herunterfallen ja also klar die blinker können natürlich verdeckt dreckig sein zum beispiel abgerissen und teile können runterfallen ja so einfach womit müssen sie rechnen die radfahrerin vor mir wird auf die andere straßenseite fahren die radfahrerin vor mir wird nach links abbiegen die radfahrerin vor mir wird mich beim weiterfahren nicht beeinträchtigen ja also damit zu rechnen ist natürlich mit allem aber wir kreuzen wir gehen natürlich immer vom schlimmsten aus und das wäre die erste oder zweite antwort weil wir wollen ja geradeaus weiterfahren und wenn sie jetzt da vor uns rüber zieht dann sind die ersten beiden antworten die schlimmsten für uns mit welchen gefahren müssen sie rechnen ganz klar die kinder rennt zurück auf die straße die kinder verlassen die fahrbahn nicht rechtzeitig oder so alle kinder warten auf dem gehweg einzelne kinder kehren wiederum also auch hier vom schlimmsten ausgehen und wenn die kinder auf dem gehweg warten würden es wäre gut für uns und dementsprechend kreuzen wir das nicht an wie sollten sie sich verhalten bremsbereit bleiben unvermindert weiterfahren auf schrittgeschwindigkeit abbremsen also bei solchen sachen ist immer auf schrittgeschwindigkeit abbremsen und bremsbereit bleiben die richtige antwort unvermindert weiterfahren ist nie richtig ok ein video wir haben da vorne eine ampel hinter uns fährt ein auto und die sache ist dass die ampel gleich auf grün umschalten wird und von links ein radfahrer kommt die frage ist was machen wir jetzt bringen wir den radfahrer um oder nicht ne quatsch also wir machen eine gefahren auch nicht noch mal nicht noch mal nicht machen eine gefahrenbremsung so wie verhalten wir uns in diese situationen ich führe eine gefahrenbremsung durch das machen wir ich beschleunige das machst du nicht ich hupe und fahre weiter das machen wir auch nicht also nur die erste antwort möglichkeit ist hier richtig warum kann hier das rechts abbiegen gefährlich werden wir haben eine vereiste fahrbahn dementsprechend haben wir einen längeren bremsweg das auto könnte in schleudern kommen wenn von rechts einer rauskommt der ja vorfahrt hat weil er keine verkehrszeichen sind dann könnte es da unter umständen auch zu problemen kommen weil ich möglicherweise nicht rechtzeitig anhalten kann wenn fußgänger die seitenstraße überqueren ja weil fahrzeuge die aus der seitenstraße kommen beim abbremsen ins schleudern geraten können ja weil mein fahrzeug bei zu schnellem abbiegen ins schleudern geraten kann ja also glätte ist immer gleich schleudern für alle beteiligten sie nähern sich einer schule kinder verlassen das schulgelände womit müssen sie rechnen dass kinder mit ihren fahrrädern unvorsichtig auf die fahrbahn fahren dass kinder ausgelassen auf die fahrbahn stürmen dass kinder sich immer verkehrsgerecht verhalten also genau das gleiche immer vom schlimmsten ausgehen und dann sollte es auch passen warum ist hier ein größerer sicherheitsabstand zum vorausfahrenden fahrzeug erforderlich wir haben ja wieder fahrbahn glätte rutschgefahr also wir haben wasser auf der fahrbahn weil sonst unebenheiten der fahrbahn später erkennbar sind ja weil der bremsweg länger ist als auf trockener straße ja weil sonst spritzwasser die sicht erschwert ja das ist richtig es ist alles richtig mit der unebenen fahrbahn wasserpfützen bilden sich ja überall da wo die fahrbahn uneben ist also wo so mulden sind und normalerweise fährst du mit deinem auto ja nicht da rein wo diese ganzen schlaglöcher sind oder versuchst den schlaglöchern auszuweichen und wenn vor dir ein fahrzeug fährt dann siehst du das natürlich eventuell etwas später erst zu welchem zweck darf die hupe innerorts benutzt werden achtung innerorts das ist ein großer unterschied innerorts natürlich nur als warnsignal außerorts auch zum ankündigen des überholvorgangs und als warnsignal natürlich und video gibt drei fehlerpunkte da kommt uns gleich ein fahrzeug entgegen wir werden auf der rechten seite uns eine lücke suchen zum ausweichen bevor wir da rechts rüber ziehen schauen wir natürlich das rechts neben uns kein radfahrer oder sonst irgendwie das fahrzeug oder fußgänger rennt und war natürlich nicht zurück sondern fahren da in die lücke rein also wie verhalten also langsam so wie verhalten wir uns zurückfahren und den entgegenkommenden eines machen wir weiter weil der entgegenkommende zurückfahren muss eines muss er auch nicht in die lücke genau also wir machen platz rechts in der lücke der wurde es wo die möglichkeit hat auszuweichen der weicht halt einfach aus zu welchem zweck darf die hupe außerorts benutzt werden da haben wir es gleich außerorts also zum außerorts zum ankündigen des überholvorgangs und als warnsignal also als rufzeichen um so zu hupen und zu grüßen das ist nicht erlaubt die ampel zeigt grün sie wollen rechts abbiegen wie verhalten sie sich gegenüber personen welche die straße überqueren in die sie einbiegen möchten okay also sprich wir sind auf einer straße wollen rechts in die straße einbiegen und da gehen leute über die straße so wie verhalten wir uns gegenüber diesen leuten den personen das überqueren der straße ermöglichen richtig denn du biegst ab du musst den anderen fußgänger über die straße gehen lassen übrigens hat mich auch jemand letztens noch mal darauf angesprochen wenn ein fußgänger egal ob er jetzt von hinten kommt oder von vorne du biegst in die straße rein von hinten kommt ein fußgänger von vorne kommt ein radfahrer vollkommen egal du biegst ab du musst beide drüber gehen oder fahren lassen worauf müssen sie bei den beleuchtungseinrichtungen ihres fahrzeugs achten sie müssen funktionstüchtig sein sie müssen vorschriftsmäßig angebracht sein sie müssen sauber sein und sie müssen vorhanden sein ja ja und ja wie verhalten sie sich bei einer panne in einem tunnel motor vorsorglich laufen lassen waren blink licht einschalten fahrzeug möglichst in einer pannenbucht abstellen ja also motor aus motor laufen lassen bitte nicht denn im tunnel da bilden sich natürlich abgase und das wäre natürlich nicht so gut waren blink licht ist immer eine gute sache und wenn möglich in der pannenbucht das klingt ganz gut damit einfach mehr platz im tunnel ist falls die feuerwehr da durch muss sie fahren ein kraftfahrzeug mit manuellem schaltgetriebe wodurch können sie den kraftstoffverbrauch ihres fahrzeugs reduzieren also manuelles schaltgetriebe halt wie in der fahrschule auch mit schaltung durch voraus ich lass wieder vorlesen durch vorausschauendes fahren um häufige geschwindigkeitswechsel zu vermeiden durch fahren mit hoher motordrehzahl durch frühes schalten in nächsthöhere gänge also mit vorausschauender fahrweise kannst du sehr sehr viel kraftstoff sparen das ist richtig fahren mit hoher drehzahl ist nicht gut für den kraftstoffverbrauch denn hohe drehzahl ist zwar auch hohe leistung aber auch hoher kraftstoffverbrauch durch frühes hochschalten das ist richtig denn frühes hochschalten damit vermeidest du sozusagen die hohe motordrehzahl das auto ist halt ruhiger du hast weniger drehzahl aber auch mehr geschwindigkeit welches verhalten ist richtig kompliziert kompliziert wir sind auf einer vorfahrtstraße deswegen hat diese straße vorfahrt die querstraße also spricht da wo der gelbe rauskommt interessiert mich überhaupt nicht aber wir biegen ab und dementsprechend müssen wir natürlich denjenigen mit dem wir uns kreuzen da drüben den motorradfahrer durchfahren lassen das heißt es allererstes fährt der motorrad fahrer dann fahren wir und dann der gelbe ich darf als erster abbiegen nein ich darf erst nach dem motorrad abbiegen das ist richtig vor dem gelben pkw abbiegen das ist auch richtig das war die letzte frage schauen wir noch mal ob wir hier alles durch haben ja alle fragen beantwortet dann gehen wir den bogen mal ab und schauen mal ob wir die prüfung bestanden hätten wir haben sie bestanden wir haben drei fehler punkte gemacht ja ja das habe ich eine leichtsinns frage die letzte dann war das mit dem beiwagen doch nicht richtig okay also noch mal ganz kurz zur erklärung dieses verkehrszeichen verbietet dir das überholen mehrspuriger kraftfahrzeuge also ein mehrspuriges kraftfahrzeug ist zum beispiel ein lkw auch wenn das schild nicht aussagt wie ein lkw du darfst dir keine lkw überholen du darfst keine autos überholen du darfst was du überholen darfst sind motorräder weil sie nur eine spur haben oder kutschen weil es kein kraftfahrzeug ist haben zwar mehr spuren aber ist kein kraftfahrzeug und der beiwagen er zählt anscheinend nicht als mehrspurig weil es ja wahrscheinlich ein motorrad ist also ein einspuriges kraftrad mit so einem anbau also mit beiwagen also nicht den beiwagen ankreuzen habe ich falsch gelesen welche fahrzeuge dürfen sie bei diesem verkehrszeichen überholen und ich habe angekreuzt motorrad ohne beiwagen welche dürfen wir überholen oh mein gott ja also um 21 uhr zwölf für manche die schon etwas länger wach sind vielleicht besser keine fragen mehr üben wenn man müde ist einfach keine 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 fragen machen denn dann erhöht sich die fehlerquote und die frage ist natürlich welche fahrzeuge man überholen darf und ich habe ja schon dreimal glaube ich gesagt dass du einspurige kraftrede überholen darfst wenn es dir gefallen hat lass dem video einen daumen nach oben da abonniere den kanal es gibt jede woche drei videos damit du keine mehr verpasst wenn du weitere hilfe benötigt unter dem video in der beschreibung habe ich einen link zu einem video kurs du kannst auch dir das hörbuch mal anschauen da habe ich einen sprecher engagiert der dir die fragen vorliest und die richtigen antworten da kannst du immer und immer wieder anhören damit du dich auf die prüfung besser vorbereiten kannst und ansonsten würde ich sagen wir sehen uns im nächsten video wieder bis dann